Hallo, wir sind Shadow Phoenix mit dem Papagain und wir spielen jetzt D-Day, ich weiß noch nicht, 3 Punkt irgendwas. Mit Jakob? Ich mag es sogar. Und auch seine Kleine, die eigentlich in dem Gespräch ist. Er ist eigentlich mehr ein Team. Deutscher! Das Feuer hat mir Aua gemacht. Wie irgendein komischer Stachel im Boden. Ich bin für beschissene Spawn. Ich habe was gefunden. Was? Ah Dün, ahaha. Wo bist du gespawnt? Am Arsch der Welt. Boito, woher kriegst du schon? Ich weiß da. Ah da. Ich habe mich zu sehen, ich habe mich zu sehen. Pöft's mal. Ich habe mich zu sehen, dass ich zu sehen bin. Ich bin zu sehen. Ich bin zu sehen. Oh, das Feuer ist besser. Ich bin zu sehen. Ich bin zu sehen. bei mir war feuer beim spawnen auch nicht recht besser doch, feuer ist feurig boah, der ist über feuer, hilfe yeah, ich hab' die das ist über ein feuer und außerdem ist die map groß, die lag bei mir drin greift grüßt dich und die du aufnehmen na, er hat mich gekregt eben, das siehst nicht so schnell die sind ab das ist das ist da ja die james die 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 Du 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 BAD BAD Wir überpicken wieder ein komisches Falschenleit den Kuhn auf. Achso. Ja! Ja, oh tschüss! Ja doch, das ist überwiegend. Ich schieße aufs Macho, aber wenn man Heifert war, ich schieße jetzt mal ein Schnurler. Interessante Möpfe. Ich muss jetzt zugeben. Erst Keke, erst ein Camper. Neutlocken. Da! Da! Wie du einfach die ganze Zeit auf mich schießt! Und nicht griffst. Ho! Er ist immer der Triller gewesen. Ich bin der Schamfmuck. Ich bin der Schamfmuck. Wie sehe ich den anderen drücken? Ich sehe sie überhaupt nicht. Nein. Nein, geh nicht mehr. 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 Ich will das nur in der Grundlage. Aber Gott, da ist eins. Ja! Geh, komm! Geh! Geh! Geh, geh, geh! Wie bis sei hoch, wie gekommen? Das ist ein Spawn. Ja, Spawn, okay. Ja. Ich fau achter Bahn. Achter Bahn fitten zu einem Weg. ich muss sagen Achterbahn Brumm 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 wenn ihr wisst was man da in den Weizenfälle machen kann dann schreibt es um so ich möchte es gerne wissen gar nix man geht langsamer schau ich bin ein Gluckschesser das wird irgendwie schon langsam irgendwann mal umführen langsam naja du hast jetzt den zweiten auch schon dazu gekriegt vielleicht irgendwann noch einen dritten ich bin so festgesteckt ich will die echt nein ich bin auf die Dreckspawn komm 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 mit Schutz noch ich wollte doch nichts sagen ich hab ein eigenes Schwert die Runde ist leider recht kurz leider ich hab's im dringend hängen wir nur zweite Tor boah 50 50 Gerüstung und oh Dreskleben jetzt nehmen wir ja ich hab vier Rüstung noch gehabt das ist ein Rekord vier Rüstung noch bevor ich gestorben bin das ist unlogisch ja ja das ist auch da ja nein ich bin doch da, ich bin doch da ich hab jetzt so geglaubt ich muss einfach so viel loben meine mir bin ich irgendwie besser hm meine mir bin ich irgendwie besser klar klar stark gefronten ja da ist nix benachteiligt ja da ist nix benachteiligt so rauskam schnell hier rum hier rum hier rum ja hier rum dann verfbands Das ist der neppige Kerl. Nee, Cookie. Du. Was ist, weil es ja der 8 und 4 Jetzt sind wir auch noch einen kurzen Kampf Und leider geht's Oh Gott, das habe ich schon witzig Das habe ich nicht gewusst Wie geht denn das? Ich bin deutschenfeindlich Kein Deutscher kann mich unstimmen Der stockt bitte auf, okay Achterbahnfront, ja Geht in Deckung Es ist an Nicht das es, das was wir essen müssen, aber das andere es, das was schnell beleidigt ist Ah, Kiwi Ja 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 Du hast recht, die untere Seite ist wirklich benachteiligt. Erstmal raus. Erstmal raus, erstmal raus! Erstmal raus! Erstmal campen! Nicht campen, nicht einmal glitschen. Du hast campen, du stehst im Hase. Der eine Flieger wirft eine Atombomben an. Wieso schießen die auf die Fäse? Das tut doch hier eigentlich. Wow! Wo ist der Typ? Yay! Lachet, Luft sprengt! Juhu! Die Beacon spielen? Du spielst ja auch mit den Beacon. Dann wirds leicht umführen. Bisschen ja schon, normalerweise. Na, wenns liegt nicht oder was auchs kann. Ja, da, da! Ja! Na, offen! Geht in Deckung! Geht in Deckung! Da, da! Schiff! Wo bist du? Wir haben einen Geheimgumpfunken. Nein, der ist an meiner Kanadenausbüch. Eviens, Gapwatch-Groob.